Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ich bin wieder einigermaßen zu Hause angekommen. Die letzten Tage habe ich bekommen, war ich im Urlaub. Ich habe mein Mikro vergessen, deswegen konnte ich leider auch keine Videos machen. Gestern habe ich noch einen Tag Ruhe gebraucht. Heute geht es dann aber wieder ganz normal los. Und was ist bei Bitcoin passiert? Wir sind hoch zwischenzeitlich auf knapp 72.000 US-Dollar gestiegen. Wir hatten positive News durch den Ethereum-ETF, der anscheinend zu drei Viertel genehmigt werden sollte. Das hat natürlich auch Bitcoin ein bisschen nach oben hingepusht. Wir sind aber an sich weiterhin in unserer Range, in welcher wir seit Anfang März verweilen. Also grundsätzlich, es hat sich eigentlich gar nicht wirklich viel verändert. Interessant wird es dann erst hier oben, wenn wir in Close über 72.000 US-Dollar bekommen. Trotzdem können wir uns mal den Chart ein bisschen angucken. Wir werden uns natürlich auch Ethereum angucken, Gold, die Forex-Charts und natürlich auch mal die ganz normalen Stock-Markt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr das Video feiert bzw. mich unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Oder abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und neue Podcast-Folge ist auch draußen. Gerne bei Spotify und Apple folgen, teilen und abonnieren. Und auch ein Like dort dalassen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 70.000 US-Dollar. Nachdem wir hier eben diesen Move auf 72.000 US-Dollar bekommen haben, haben wir jetzt erst so einen leichten Abverkauf bekommen. Völlig normal nach so einer schnellen Rallye nach oben hin. Wer sich daran erinnern kann, letzte Woche noch, war der Plan, dass wir hier zumindest nochmal diesen Retest machen auf Richtung 63.500 US-Dollar. Und dann wirklich hier oben an die Kante unserer Range gehen. Haben wir leider nicht mehr gemacht. Wir sind nur bis hier knapp in Richtung 64.500 US-Dollar gekommen. Hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir mal ganz kurz hier die Vector Candles hier anmachen. Ich glaube auf einen 1-Stunden-Chart müsste es gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht mehr täusche. Dass wir hier eine blaue Vector Candle hatten, die dann einigermaßen gut noch geholt wurde. Aber gut, kann alles noch passieren, dass wir uns im Endeffekt hier nochmal deutlich nach unten hin runterarbeiten. Ich bin immer noch nicht voll ins Überzeugt, dass wir jetzt hier Richtung 100k hochballern. Dafür brauchen wir mindestens mal einen Daily Close über 72.000 US-Dollar. Und dann besteht jetzt immer noch die Chance, und ihr seht schon, ich habe es hier schon angezeichnet, so eine kleine Chance auf den Doppeltop, was ich dann auch nutzen würde, für zumindest einen kurzfristigen Short. Dieser könnte uns dann in Richtung, wenn wir mal hier das FIP-Level ziehen, zumindest mal kurzfristig hier in diesem Bereich zwischen 68.000 und knapp 67.700 US-Dollar führen. Wäre so die bullische Variante, sollten wir dann hier nämlich Support finden. Dann hätten wir neue Kraft und würden hier auch nochmal ein paar Longs liquidieren, bevor wir dann hier einen endgültigen Breakout in Richtung knapp 80.000 US-Dollar schaffen könnten. 80k sehe ich eher als jetzt schon 100k oder sowas, aber dafür muss auf jeden Fall dieser Support-Bereich halten. Was mich generell an dieser ganzen Range momentan, ja, einerseits natürlich bullisch stimmt, das haben wir ja schon mal besprochen, dass wir einerseits hier die Möglichkeit hätten für dieses Wyckoff-Pattern. Wir hatten hier unten diese Spring-Phase und versuchen uns jetzt hier nach oben hin mit einem Breakout auszuarbeiten. Wir haben aber hier auch noch einige Ineffizienzen bzw. auch noch einiges am Volumen unten liegen. Und wenn wir uns das mal auf den Daily-Time-Frame auch mal ganz kurz angucken, wir haben hier nach unten hin schon vor allem dieser Preisbereich hier immer noch ab 53.000 US-Dollar, sollte früher oder später immer noch gefüllt werden, meiner Meinung nach. Also für mich immer noch so über den Sommer eher langweiligere Seitwärtsphase bzw. eher nach unten hin gerichtet, als dass wir hier in Richtung 100k gehen. Aber gut, kann ich mich auch immer noch täuschen. Ist noch ein langer Weg bis dahin, sollten wir jetzt nach oben hin ausbrechen, wäre auf jeden Fall Luft hier bis 77.000 US-Dollar. Ansonsten wenig Veränderung, das wäre jetzt meine Long-Position, wo ich jetzt reingehen würde bzw. eine kleinere Position, die ich mal wagen würde, sollte das Golden Pocket bzw. das 0786 hier halten. Vom Risk-Management, schauen wir uns das Ganze auch mal ganz kurz an, wäre es ungefähr ein Setup von 2%, also auch eigentlich sehr human. Gehen wir mal noch auf die News ein, die heute möglicherweise noch kommen. Es ist sehr, sehr ruhig, nachdem letzte Woche sehr, sehr viele News waren, ist es diesen Tag heute sehr, sehr ruhig. Also da müssen wir keine wirklichen Infos erwarten. Ja, ansonsten nochmal ganz kurz gucken, was sagen die Funding-Rates. Funding-Rates absolut normal, sagen wir mal. Also klar, auf manchen Börsen minimal erhöht, aber absolut im Rahmen. Wir müssen uns jetzt hier keine Gedanken machen, dass jetzt hier ein kompletter Crash nach unten hinkommt, um die ganzen Longs zu liquidieren, auch wenn sich ein paar angesammelt haben, aber es geht immer noch voll in Ordnung. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier war natürlich die ganzen ETF-News, die den Kurs extrem gepusht haben, nachdem die Wahrscheinlichkeiten von Bloomberg plötzlich auf 75% gestiegen sind, dass hier der Kurs nach oben hin ballert. Zim wird es aus unserem Trend-Kanal, aus unserem Downtrend-Kanal nach oben hin ausgebrochen. Das war auch so die Variante, über die wir letzte Woche nochmal besprochen haben. Wer sich daran erinnern kann, das wäre hier die Chance gewesen, an dieser vier Stunden die Mahnzone bei 2920 US-Dollar. Da sind wir reingekommen. Sollte da irgendjemand reingegangen sein, letzte Woche, wie gesagt, ich war im Urlaub. Ich bin da, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht auf die Charts geguckt oder sonstiges. Der hat eigentlich hier den perfekten Entry erwischt. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, in der Spitze waren das nämlich 32%. Also da würde ich jetzt auf jeden Fall raus aus der Position, beziehungsweise mal 75% raus aus der Position nehmen und auf einen Rücksetzer warten. Weil da würde es sich auch perfekt anbieten, sollte der ETF doch nicht genehmigt werden, dass wir uns hier nochmal einen Retest gönnen in Richtung 3.180 US-Dollar und dann eben mit erfolgreichen Retests hier die Reise nach oben hin fortsetzen. Würde auch perfekt passen hier zu diesen Zonen, in der wir ein bisschen Struggle hatten, die ganze Zeit immer wieder drüber zu kommen. Also genau dieser Preisbereich hier eben auch in der Vergangenheit, wenn wir das sehen, immer wieder hier als Support genutzt. Wäre das auch hier nochmal eben dieser Retest einerseits dieser ehemaligen Widerstandslinie, aber andererseits auch dieser ehemaligen Widerstandsbox, wo wir eben nie rübergekommen sind, plus Pivot auch nochmal antesten und von hier aus dann eben die Rallye nach oben hin fortsetzen. Außer wir kriegen nochmal einen Bitcoin-Crash, dann war das Ganze hier auch natürlich nur ein Fake-Out und wir gehen weiterhin nochmal in Richtung 2.500 US-Dollar. Das sind die zwei Chancen. Das wäre auch hier die nächste Long-Möglichkeit, wo ich mich dann, wenn ich nicht im Urlaub bin, Spaß, wo ich mich dann nochmal reintrauen würde. Ansonsten würde ich hier euch aber auch nicht empfehlen, irgendwie in Short-Position reinzugehen. Viel, viel zu riskant, irgendwie Short-Positionen zu eröffnen. Nach der FOMO, die hier schon wieder im Markt ist, mögliche Altcoins, die jetzt langsam startet, da werden die nächsten Tage interessant. Und Shorten, lasst die Finger einfach davon. Gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Auch da habe ich, oder haben wir jetzt unsere Chance bekommen, wir haben hier diesen Wicker Hold. Das war auch die Analyse von letzter Woche. Wie gesagt, ich bin in nichts reingegangen, wenn irgendjemand was rein ist. Stop-Loss-Entry. Ansonsten nächste Chance sehe ich dann auch nochmal hier möglicherweise, dass wir hier so eine Art Doppeltop nochmal reinkriegen. Das heißt, diesen Widerstandsbereich, diesen größeren, noch einmal testen, weil das Volumen hier doch sehr, sehr stark dann nach Abverkauf gestunken hat, beziehungsweise hier unten sehr, sehr viel Volumen reingekommen ist. Könnte ich mir hier nochmal einen Retest vorstellen mit einer Art Doppeltop. Und das im Laufe der nächsten ein, zwei Tage, wo dann nochmal eine nächste Short-Möglichkeit drinnen wäre. Ansonsten sind wir auch hier jetzt erstmal aus dieser kurzfristigen Gammel-Range erstmal ausgebrochen. Abtrennt, wenn wir uns mal ganz kurz die Linie ziehen, sehen wir, der hält auch immer noch. Also auch hier besteht noch die Chance, dass wir eben hier nochmal runterkommen Richtung 2400 US-Dollar. Von hier aus diesen Bouncen Richtung 2450 Doppeltop und dann Abfahrt nach unten hin. Und dann last but not least, wir machen ja noch Forex Euro gegenüber den US-Dollar. Auch hier perfekt, wirklich, also perfekt die 4-Stunden-Supply-Zone hier oben bei 1,089 US-Dollar abgeholt. Nach längerer Zeit, wer noch einen zweiten Entry haben möchte, würde ich dann eher empfehlen, beziehungsweise wer nochmal hier in den Short reingehen möchte generell, würde ich dann eher empfehlen, hier auch aufs Doppeltop nochmal zu schielen. Das heißt, wir haben ja hier oben noch ein bisschen Luft in dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Diese etwas größer, die geht so bis knapp 1,091 Euro, wäre dann die zweite Anstiegsmöglichkeit. Und für den Stop-Loss würde ich dann auf jeden Fall hier über diesen Wig hier nach oben hingehen, Richtung R2 bei knapp 1,10 Euro. Das wären so die nächsten Trades, die auf jeden Fall jetzt anstehen würden. Klingen alle sehr, sehr plausibel, beziehungsweise machen meiner Meinung nach sehr, sehr viel Sinn. Aber jetzt auch hier nichts zu überstürzen, alles so Step by Step. Und jetzt aber last but not least gehen wir noch rüber kurz zu den Stockmärkten. Die sind weiterhin komplett am abfeiern, neues Hoch hier beim S&P 500. Also auch hier würde ich derzeit nicht reinschorten, auch wenn sich hier jetzt langsam wieder die ganzen Divergenzen langsam aber sicher wieder anstauen. News-Technisch, wie gesagt, steht nichts an, aber wir haben, wie gesagt, massive Divergenzen. Da wäre ich extrem vorsichtig, hier noch irgendwie was reinzuloggen. Ansonsten hätten wir laut Pivot noch Luft bis ungefähr 5.426 Punkte. Wäre nochmal ein ordentlicher Move nach oben, aber bei der derzeitigen Übertreibung sind 1,9% erst einmal gar nichts. Also hier bin ich komplett raus aus dem Markt. Lässt sich übrigens jetzt auch nicht mehr bei BingX dann jetzt glaube ich demnächst traden. Ich weiß jetzt gerade nicht das Datum oder ob sie schon entfernt wurden, aber gut, passiert. Ansonsten, apropos BingX, momentan wieder absolut kranke Einzahlungsboni, wenn ihr KYC macht, wenn ihr 100 USDT einzahlt, alles, Link unten in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten war es das für kurzes, knackiges Update. Wie gesagt, die ganzen Altcoin-Videos, die schiebe ich momentan noch ein bisschen nach innen, weil ich noch abwarte, wie Ethereum die Entscheidung drankommt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst einfach dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mal gerne unten in die Kommentare eure Meinung. Sagt ihr, okay, das ist jetzt alles nur wieder so ein bisschen FOMO-Rally und über den Sommer stürzen wir ab oder wir gehen jetzt straight Richtung 100k. Würde mich interessieren, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Cript.